Hi, Willkommen zurück, Anton ist gestorben. Ich weine. Die Idioten es nicht ausgeleuchtet haben. Also nicht Anton Schulz, sondern einen gewissen... Niklas. Wer hat die Brücke eigentlich unbeleuchtet gelassen, man? Und außerdem sind... Beim Holzfarben soll unbedingt ausgeleuchtet werden, man. Ja, ich hab... Schau. Stopp, das hab ich sogar gebaut. Äh, könntest du... Könntest du wenigstens, ähm, Holz im Ofen reingeben, Holzkohle machen? Ja, ich mach's immer. Ja, ich mach's immer. Bitte. Bitte, Lan. Und ich hab auch Angst bei den Villagers, dass irgendwas passiert. Die spawnen eh wieder, weil das ein flaches Land ist. Fuck. Ja, aber... Bei den Villager kann auf dem Dach spawnen scheinbar. Nein, nein, kann nicht. Wegen den... Echt nicht? Nein. Die Skeletten und Zombies sind alle hier gespawnt. hinter dir hergelaufen. Okay. Ja, ich bin halt lecker. Ja, und du stinkst doch. Na man nicht. Was hast du zu mir gesagt? Ich liebe dich. Was hast du zu mir gesagt? Ich liebe dich. Ich liebe dich. Geweckt du fort, du bist tot. Ja, ich weiß schon. Und was werden wir machen? Ja, ich mau fackeln und dann war's das. Dann töd ich mich auch noch, dann kann niemand von uns aufnehmen. Ja. Okay, ich hab's jetzt 56 Fackel. Okay. Ich leuchte hier aus wie Christis Geburt. Die heilige Grabstätte. Ja. 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 Ich muss irgendwann mal hochbauen und uns Schneemänner machen. Ja, das auch. Wo kann der Regen mal aufhören? Hm. Weißt du was? Ich benutze es mal noch aus Privileg. Nein. Aber ich will keinen Regen. Die Zuschauer wollen auch keinen Regen, oder? Ja. Ach, okay. Na ja. Warum sind wir zwei Schweine gespawnt? Ja, wir könnten noch ein Kreuz machen. Haben wir Steine? Ja, was meinst du ein Kreuz? Wir haben schon, wir haben schon dort, glaube ich, drei Kreuze oder so. Drei Kreuze? Du bist dort gestorben. Ja. Ich hab Lava einmal verstorben. Ich hab Lava einmal verstorben. Ja. Ja. Hm. Wenn wir noch später vielleicht noch mit ihm fahren. Was haben wir? Wieso haben wir was? Na, wirst du später fahren, wenn wir weiter ausgebotzen. Meinst du denn? De 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 de. Meinst du den Nether-Portal? Nein, den anderen. Okay, dann, okay, gut. Iiii, meno, ma meno. Ich wünsch mir, wenn ihr... Ich werde auf jeden Fall für zwei oder drei Magma Lava Eimer wünschen, Alter. Darfst du, ich glaub, nur eins wünschen. Ich weiß nicht, die Regeln ist gescheit, aber... Ja, dann mag mal immer. Ich hoffe, ja, da müssen wir noch ein bisschen ausknobbeln. Das muss ich... Hast du dir mal Belzebub angeguckt? Den Anime? Ja. Oh, ich mag den Anime, weil ich hab ihn mir, glaub ich, zweimal, dreimal mehr angeguckt. Ja, ich hab schon das vierte Mal fertig geguckt. Vierte Mal schon? Ja, macht Spaß. Ja, es macht echt Spaß. Aber ich will unbedingt ne Fortsetzung haben. Na, Belzebub kriegst nicht ne Fortsetzung. Das ist ja noch geil. Wär zu geil. Weil jetzt hat er ja die Kraft, also der Oga, dass er die Kraft kontrolliert. Echt? Ja, hat er ja. Ich weiß nicht, die musste erziehen, dass das Kind die Welt zerstört. Und der andere Mann hat ja auch mal so ein Kind erzogen. Aber er hat ihn kontrolliert dann, die Macht. Mhm. Und jetzt will er das... Und jetzt hat er das auch gelernt. Jetzt kann er auch kontrollieren. Und die Macht. Am Ende hast du das eh gesehen. Sein Zeichen auf der Hand hat sich verändert. Ja. Ja. Das hab ich noch bei der letzten Folge. Ja, lieber Zuschauer, was mach ich denn jetzt? Holzfarm. Hühnchen. Was machst du mit den Eiern? Werfen. Mein Gott. Was, dann brauchen wir die? Oh mein Gott. Ja, die Hühner? Ja, die Eier. Hm, kann man was damit machen? Ja. Zum Beispiel, das bringt so viel sogar. Ding, wenn wir Kürbis und Zucker haben wir sogar. Und Eier, dann können wir Kürbiskuchen machen. Und das bringt so viel. Das bringt so viel. Das bringt ja nicht, was man will. Ja, aber wir müssen erstmal für die Hühner erstmal farmen. Weizen und Samen. Die Eier, die muss die Eier legen. Die legen je pro Minute ein Ei. Ja, aber je mehr wir haben, je besser. Ja, das ist aber nicht. Weil wir haben dann schnellere Produktion und alles. Okay, Mann. Es wird wieder Nacht, ich weiß was, ich baue mir jetzt ein Bett. Wir machen dann Fracking. Ich bin tot. Anton, kannst du dich bitte hinlegen? Äh, ich bin tot. Ja, liegt dich einfach hin. Das Tag führt. Ja. Na? Sehr gut, danke. Okay. und wie ist es um die hühner bäume ja da habe ich ein paar gepflanzt das ist so schön ausschauen alles klar okay die ersten kürbisse sind schon gewachsen sind schweine gespannt auf die insel ja wieso sollten sie nicht oder nein eigentlich nicht oder doch fertigen leder ich habe auch verloren ist Fleisch gehen die auch ich glaub schon Backe Backe Kürbis ja Anton hat gerufen Hallo der will guten äh Curry machen ja alles klar Curry ja Asiat äh Asiat ist eigentlich Kinder was denkst du mein Asiaten in Chinesen nein bin ich Asiat denke ich an Reis Schlitzauge fertig auf aber ich bin auch Asiat ja bei einem komischen Asiaten ja Konnichiwa Kawaii Oni-chan ja liebe Zuschauer wie es geht die Kohle ist fertig du musst wissen holz wieder nachlegen ich doch wusste hast du schon mal geguckt wie viel Fackeln wir haben jetzt äh nein guck mal in die Kiste wie viel Fackeln wir haben sie benötigt sind wir noch ziemlich wenig das habe ich durch 6 Kohle gemacht und so kann auch nicht auch nicht nachgeguckt 6 Kohle Pferde töten wieso keine ahnung das sind zu viele nein warum habe ich ein Pfeil wo denn das sind Pfeil naja nur ein Stein Schade und nicht das gesagt wurde er kommt nee ok weil wir uns wieder alle treffen was ich nicht na nicht zu Jujo zu es war ein Battle-Phase ja eh das sind und dann nicht die Stütten oder und fünf Minuten haben kommt noch spielen spielen wir haben wir das in den Platz zwei Tore hinterher in einem Volk das setzt sich nur für zwei Tage aus oder ja nicht Tage sondern Folgen und wie lange pro Tag eine Folge hoch gute ja liebe Zuschauer was sollen wir machen wir haben Holz wir haben so behinderten Scheißbaum gewachsen hier boah wir können ein Haus bauen jeder kann für uns selbst ein Haus bauen das ist doch gefährlicher wir brauchen mal zusammen zu leben wir müssen wir gehen noch nein ich will schon mein eigenes Haus ich will mein eigenes Haus ich will ihn keine verdammten WG leben was ich mit dir in WG leben nein magst du mich nicht magst du mich nicht da jetzt sagt er nicht mehr ich will allein leben ich will mit dir leben ich will nicht wo du nicht äußerst der Essen nach Mecca du Steinmecker weißt du wir könnten eigentlich hier so Roleplay machen z.b. ich bin der Bauer du bist der äh Minenarbeiter mit Stein der Stein der Stein der Stein der Archäologe der Stein der Archäologe ja dieser Stein ist guter Stein sehr pixelig und somit ein sehr guter Stein ja es gibt nicht und du guckst bei jedem Stein was auf dem bei den äh Dingen rauskommt guckst du genau nach so hm m m m dieser Pixel dieser kleine Punkt das unterscheidet den von den anderen Steinen das ist genau die Schmerz gleich aus das wurden alles eingefügt und kopiert er geht er geht er geht er ja klar ja war die Schmerzen eigentlich nicht gleich aus dieser Stein Ihn wir sind ich muss wieder lachen nieder den amt wegen mitgliedert Prozent mit als Witter das mit dem Ding in die Sache Prozent weil er ist nicht nur ich kann ich begrüßen ich kann die aufhören zu gründen ich kann ja auch mit ich kann nicht grinsen alles klar ich kann nicht auf für zu grinsen und er hat Doktor Anton Antonius die die mein Minikraft Hühnchen kann kann nicht er kann nicht grinsen Anton kann nicht deutsch du bist selber so bescheuert ich weiß wer nicht wer schon Tadeo 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 wir könnten eigentlich noch die Tierfarm erweitern man hat das wird die Tiere einzeln formen Hölz mit einem Ereignis gegen für Schweine Schaub ja das wollte ich auch schon mal nur Philipp muss das machen die Holzform könnten wir verbessern dass wir die Holzform etwas größer machen alle zwei Blöcke Abstand dass sich das Holz nicht in sich baut das ist so nervig keine Ahnung was ich hier gerade gemacht habe da allerdings oben beim Weg zur Steinfarm bist du deppert das ja das Wort ganz vieles ich mach mal akrobatik oh mein Gott oh mein Gott oh mein Gott n ein Kuchen ein Kuchen was machte ein paar Tumann froh Kürbis ist Gott wird durch wo wie viele Minuten Kürbischmann n Worte kurz Worte noch mit Fakt ich hab die Küche drauf gesetzt KRK Kürbis kürbis das was in Schutzschwister D20 nächstes Jahr ein gewisses mal